Nächster Redner ist der Abg. Knut John für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Aktionsplan, starkes Land, gutes Leben. Da schreibt die Ministerin im Vorwort, kann man im Internet lesen, die Hälfte der hessischen Bevölkerung lebt schon auf dem Land. Ich frage mich, ob Sie da nicht ein Wort verwechselt haben. Muss es nicht heißen, noch auf dem Land? Oder beabsichtigen Sie damit mit diesem Wort schon, dass Sie Menschen aus den Ballungsgebieten in das Land transferieren wollen? Ich bin gespannt auf Ihre Antwort nachher. Sie schreiben weiter, Sie wollen die Lebensbedingungen weiter verbessern. Damit gestehen Sie doch ein, dass die Lebensbedingungen relativ schlecht sind. Das sind Sie zum Teil auch. Vom Startziel sind Sie da weit entfernt. Dann beschreiben Sie weiter in Ihrem Vorwort eine Idylle, als wenn Sie aus einem Märchenbuch vorlesen, Märchenbuch à la Priska Hinz. Zitat Gemüse, Obst und Eier gibt es häufig direkt vom Bauern. Während die Eltern im Homeoffice arbeiten, spielen die Kinder im Garten. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie das gehen soll ohne Internetverbindung. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, Was ist eigentlich mit den Menschen, die mit Händearbeit ihr Geld verdienen? 25.000 Menschen pendeln täglich aus dem Werra-Meißner-Kreis aus, um woanders zu arbeiten. Aber Sie sagen ja auch gleich weiter, ja, wir müssen dafür sorgen, dass Unternehmen im ländlichen Raum angesiedelt werden. Ja, warum machen Sie es denn nicht selber? Warum bringen Sie denn nicht Behörden und Bildungseinrichtungen aufs Land, wie das andere auch machen? Das, meine Damen und Herren, wäre doch ein großer Wurf. Ich gehe noch ein Stück weiter. Es gehört aus meiner Sicht auch dazu, darüber nachzudenken, ob nicht ein Ministerium in den nordhessischen Raum Einzug nimmt, zum Beispiel im Bereich Kassel. Da würde das Umland unglaublich profitieren. Und wenn Sie dann Ihr Internetnetz so gut stehen haben, dürfte das doch gar kein Problem sein. Herr Meißner hat es gesagt, wir machen ja jetzt sehr viel über das Internet. Ja, Frau Ministerin, und dann sind noch Ihre Ausführungen, dann sind noch Ihre Ausführungen, Lebensmittel, Banken, Arztpraxen, Postfilialen sollen wieder zurückkommen. Da muss ich mir echt die Frage stellen, waren Sie schon mal im ländlichen Raum oder gehen Sie nur an den Edersee, wo die Destination funktioniert? Banken sind schon längst weg, die haben wir selbst in den Kleinstädten nicht mehr. Bankautomaten haben wir auch nicht mehr, weil die sich nicht mehr rentieren. Lebensmittelmärkte haben wir noch ein paar, aber es sterben ständig welche weg. Ja, und Postfilialen, ich glaube, da muss ich auch nichts mehr zu sagen, das versteht sich von selber. Das war einmal. Wissen Sie, das Online-Banking, das ist ja ein Zauberwort. Sie führen weiter aus, alle Menschen sollen beim Aktionsplan mitmachen. Ja, natürlich müssen die mitmachen, das haben wir doch eben gehört. Wenn die Initiativen, die Vereine auf den Dörfern nicht selbst ihr Schicksal in die Hand nehmen, dann haben Sie verloren. Und dann kommen Sie irgendwann, wenn Sie dann ein Projekt gemacht haben, mit einem Förderbescheid und kloppen auf die Schulter und das war es dann. Vielen Dank. Somit, glaube ich, können wir den ländlichen Raum nicht nach vorne bringen. Jetzt komme ich zu den neuen Handlungsfeldern, die Sie beschreiben. Das sind einmal die Gaststätten. Das ist ja toll. Waren Sie schon einmal in Dörfern, ich nehme Sie gerne einmal mit, mit 500, 600 Einwohnern? Wie soll da eine Gaststätte funktionieren? Ich will es einmal ausrechnen. Wenn Sie brauchen ungefähr 500 Euro Umsatz jeden Tag, um einen Break-Even zu schaffen, das bedeutet, Sie müssen so ungefähr 142 Gläser Bier verkaufen. Das bedeutet, bei drei Bier pro Gast 47 Gäste, das wären 10 % der Einwohner, die müssten dann täglich in die Kneipen gehen. Ich glaube, meine Damen und Herren, das ist Wunschvorstellung, das wird so nicht eintreten. Dann kommen wir zum Punkt 2, Mobilität, Stundentakt im Regionalverkehr. Meistens hat es gesagt, ja, der nordhessische Raum hat es gemacht, aber die ganze Wahrheit ist, er hat auch teilweise Haltestellen streichen müssen, damit der Stundentakt funktioniert. Zum Beispiel ist es in Niederohne, Eschwege, Niederohne, das ist ja nun auch kein kleines Dorf, 1.600 Einwohner, einmal gestrichen worden, fährt nicht mehr. Ja, dann, E-Mobilität, das lasse ich mal weg, sonst komme ich, glaube ich, mit der Zeit nicht hin. Nahmobilität zu Fuß und mit dem Rad. Ja, wo sind denn die Schnellradwege von den Dörfern in die Städte? Wo sind sie denn? Sie sind doch gar nicht da. Die Menschen auf dem Dorf müssen ihre Kinder mit dem Auto fahren, damit sie rechtzeitig zur Schule kommen. Schön wäre es, wenn es Radschnellwege gäbe, wo man sein Kind ruhigen Gewissens in die Schule schicken kann. Punkt 3. 2025 soll jeder Haushalt über schnelles Internet verfügen. 2025. Meine Damen und Herren, wir wissen nicht, wie lange die Pandemie anhält. Ich kann Ihnen sagen, auf dem Dorf Homeschooling zu machen, ist eine Katastrophe. Die Menschen auf dem Dorf haben noch mehr als ein Kind. Das geht fast gar nicht. Da ist ständig ein Absturz. Ich erlebe das selbst bei mir im Dorf. Wir haben 1.600 Einwohner und wohnen recht nah an Eschwege. Die Gewerbedebiete und Krankenhäuser sollen dann 2020 kommen. Meine Damen und Herren, das ist ein Armutszeugnis. Ich komme zum Punkt 4, Stärkung des dualen Studiums. Da bin ich wieder da, was ich immer wieder predige. Sie sagen, junge Menschen erhalten so bessere Möglichkeiten, in ihrer Heimatregion zu studieren und zu arbeiten. Ja, wo sollen die denn arbeiten? Wir haben doch gar keine Arbeitsplätze. Wenn wir welche haben, verhindern Sie sie. Zum Beispiel das Logistikgebiet in Neu-Eichenberg oder das Logistikgebiet in Lich. Das ist abgewählt, das ist gut. Dann haben wir keine Arbeitsplätze. Müssen wir weiter auspendeln, weiter jeden Tag 25.000 Menschen in die anderen Regionen schicken. Wenn Sie das wirklich ernst meinen, dann bringen Sie die Bildungseinrichtungen auch aufs Land, ansonsten wird das nichts. Nummer 5, lebenswerte Landschaften. Jetzt kommt das Lieblingsthema von der Frau Hinz, dezentrale Schlachtereien, Molkereien, Käseereien. Ja, da sind wir wieder im Bilderbuch, was Frau Hinz dann vorliest, und wir sehen die Bilder, wie es einmal war. So wird es aber nicht mehr. Ich habe Herrn Boddenberg, ich bin ja gar nicht da, versprochen, dass ich auf das Lebensmittelhandwerk zu sprechen komme. Ja, komme ich. Stärken Sie doch das Lebensmittelhandwerk. Beleben Sie es wieder, damit die Landwirte, die noch irgendwas erzeugen, überhaupt ihre Ware regional anbieten können. Fangen Sie doch da mal mit an. Und Ihre Zauberzahl, 100 wilde Bäche, 100 Erlebnisbauernhöfe, dehnen Sie das mal aus. Machen Sie mal 100 Metzgereien, machen Sie 100 Bäckereien. Lieber wären wir noch 500. Dann würden Sie was bewirken. Und dann hätten wir eine Wiederbelebung auf dem Land. Punkt 6. Gesund durchs Leben. Landarztquote. Okay. Was Sie vergessen haben, sind die Krankenhäuser. Schauen Sie sich die Krankenhäuser an. Das ist eine Katastrophe teilweise. Und hier muss die Landesregierung endlich Geld in die Hand nehmen, dass die Krankenhäuser besser ausgestattet werden. Punkt 7. Sozialer Zusammenhalt. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Das haben wir in den Dörfern gut im Griff. Das haben wir auch in den Landkreisen gut im Griff. Gerade die Integration. Das ist in den Landkreisen sehr gut gelungen. Ich kann da nur von unserem Landkreis sprechen. Hut ab. Aber wo fehlt es? An der Kohle. Ausstattung der Kommunen, Ausstattung der Landkreise. Und da schmücken Sie sich mit fremden Federn. Punkt 8. Kreativ und vielfältig Kultur. Jetzt kommen wir wieder zum Bilderbuch. Ein Wanderkino. Ich denke, ich fall von Socken. Ein Wanderkino soll es richten. Meine Damen und Herren, wir haben Kultur auf dem Land. Und nicht nur für Ärzte. Für jeden. Und diese Kultur braucht Geld. Die braucht kein Wanderkino. Was wollen Sie uns da zeigen? Wie das Leben in der Großstadt funktioniert? Also, bei aller Liebe. So, Punkt 9. Punkt 9. Tatkräftig durch kommunale Finanzen. Das ist ja der Oberkracher. Durch Förderbescheide. Nicht durch reale Finanzierung. Was ansteht. Förderbescheide. Das ist ja das, was immer wieder kommt. Auf dem Dorf, auf dem ländlichen Bereich, müssen wir uns, ich komme ja vom Dorf und lebe auch im Dorf, müssen wir uns die Ideen geben. Und dann überlegen wir, wo könnten wir denn da was rausholen an Geld? Und dann suchen wir. Und dann haben wir da jetzt neuerdings ein Förderlotse. Ja, toll. Schön wäre aber, wenn die ländlichen Räume ordentlich finanziert würden. Und dann können Sie auch, und jetzt komme ich mal zu den Straßenausbaubeträgen, wirklich sagen, ja, ihr könnt sie abschaffen, weil ihr hättet dann die Kohle. Aber das habt ihr nicht momentan. Und die Menschen auf dem Land, das sind diejenigen, die durch die Straßenausbaubeiträge gebeutelt sind, nicht die in der Stadt. Also, das Bilderbuch à la Priska Hinz sieht schön aus, ist aber Nostalgie. Und ich erlaube mir, mit dem Satz zu schließen, und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege John. Nächster Redner ist der Abg. Dimitri Schulz für die Fraktion der AfD. Ja, liebe SPD und LINKE, ja, ich lebe in Wiesbaden, in einer Großstadt, aber ich bin auf dem ländlichen Gebiet in Baden-Württemberg aufgewachsen. Und ich bin ja auch Maschinenbauingenieur. Und als Ingenieur im ländlichen Raum in Baden-Württemberg muss ich nicht nach Stuttgart ziehen, um ein attraktives Leben und Gehalt zu bekommen. Nein, da kann ich sogar auch auf dem Heubeck leben und arbeiten und das gleiche Geld verdienen wie bei Daimler und ein gutes Leben auf dem Land führen. Verehrtes Präsidium, verehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, Sie können sich vorstellen, dass wir mit der Stärkung des ländlichen Raumes zu hundertprozentig einverstanden sind. Wir weisen hier schon seit mehr als zwei Jahren unermüdlich darauf hin, dass das nötig ist, dass der ländliche Raum attraktiv bleiben muss, erstens, weil wir den Bürgern dort schuldig sind, und zweitens, weil wir die Bürger andernfalls praktisch dazu zwingen, in Ballungsgebiete zu ziehen, wo ohnehin schon Wohnungsnot herrscht. Die AfD ist ganz klar gegen Landflucht, und wir wollen die Ursachen der Landflucht entschieden bekämpfen. Aus all diesen Gründen rennen Sie eigentlich offenen Türen bei uns bei diesem Thema ein. Leider mussten wir dann aber feststellen, dass es in Ihrer Drucksache keinen einzigen konkreten Punkt gibt. Es ist eine reine Ansammlung von hohlen Floskeln. Sie zählen dort zahlreich bekannte Probleme des ländlichen Raumes auf, aber ohne vernünftige Vorschläge für die Beseitigung derselbigen zu machen. Der ÖPNV wird von Ihnen natürlich als zentraler Punkt in der Entwicklung des ländlichen Raumes dargestellt. Die CDU ist ja in den letzten Jahren vergrünt und hat die Abneigung unserer Klimagroßschützer gegen Individualverkehr restlos in sich aufgesogen. Der Ausbau des ÖPNV wird aber nicht helfen, den ländlichen Raum attraktiver zu machen, wenn es bei allen anderen Infrastrukturen an allen Ecken und Enden fehlt. Ein massiver und flächendeckender Ausbau des ÖPNV bis ins Dorf hinein ist weder wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll. Wenn Sie wirklich, wie Sie schreiben, den ländlichen Raum für junge Familien attraktiver machen wollen, dann müssen Sie die Lebensbedingungen vor Ort verbessern und nicht die Anbindung in die Ballungszentrum. Denn das heißt ja nur, die Peripherie des Ballungszentrums zu vergrößern. Und das ist eine Scheinlösung, die nichts bringen wird. Ich frage mich auch, was Sie meinen mit der guten digitalen Infrastruktur. Meinen Sie damit Ihr Lieblingsthema 5G? Sie haben den Ausbau von 4G nicht auf die Reihe bekommen und wollen jetzt versuchen, einen noch kostenintensiveren Mobilfunkstandard zu implantieren, wo dann die Masten in noch geringeren Abständen stehen müssten, wegen der höheren Frequenz. Sagen Sie es doch konkret, was Sie wollen, statt mit Floskeln um sich zu werfen. Aber das tun Sie natürlich nicht, weil sonst jeder gleich sieht, dass Sie keine vernünftigen Lösungsansätze haben. Dann ein weiterer Punkt, das Gesundheitssystem. Wie kann die Regierungskoalition von einem Ausbau des Gesundheitswesens sprechen, wenn gleichzeitig auf dem Land eine Klinik nach der anderen geschlossen wird? Offenbar sind Ihnen die Auswirkungen Ihrer eigenen Politik nicht bewusst. Das Verräterischste an Ihrer Drucksache ist aber folgende Behauptung, Zitat, Eine gute Mobilitätsinfrastruktur wirkt sich zudem für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Region positiv auf die Erreichbarkeit von Gesundheitseinrichtungen aus. Glauben Sie eigentlich ernsthaft, eine bessere ÖPNV-Anbindung wäre den ländlichen Raum attraktiver machen, wenn gleich die nächste Klinik 50 km entfernt vermutlich im Ballungszentrum ist? Werden die Bürger mit dem Bus oder der S-Bahn in die Klinik fahren in Notfallsituationen, nur weil sie dafür gesorgt haben, dass man eine ÖPNV-Haltestelle direkt vor der Haustür hat? Machen Sie eigentlich Scherze? Glauben Sie wirklich, der Winzer, der sich zum Beispiel bei der Traubenlese ein Bein bricht, setzt sich in den Bus oder in die S1 und fährt eine halbe oder sogar ganze Stunde bis zur nächsten Klinik? Natürlich pfeifen dann die Leute drauf, ob es ÖPNV gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Martin? Nein. Ob es einen ÖPNV direkt um die Ecke gibt, wenn es zugleich weit und breit keine Klinik gibt. Wenn die Leute in die Klinik fahren, dann sind sie nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer auf dem Land mit gebrochenen Beinen, das ist ein bisschen schwieriger, wenn man Automatik hat, wenn es zur Linke geht, dann geht es. Wer auf dem Land wohnt, braucht ein Auto. Das können sich vielleicht besonders die GRÜNEN nicht vorstellen. Sie behaupten zwar, bei jeder Gelegenheit, sehr naturnah zu sein, aber in Wirklichkeit wohnen Sie doch alle in den zehn Vierteln in den Großstädten, genauso wie Ihre Wohlstandsverwahrlosten Wähler, die keine Ahnung davon haben, wie es wirklich auf dem Land zugeht. Denn nur so lässt sich Ihre vollkommen irrsinnige Behauptung erklären, gerade im Hinblick auf den Klimaschutz müsste man auf dem ländlichen Raum Alternativen zum Individualverkehr bieten. Für Sie ist wohl das ganze Land entweder Großstadt oder Peripherie der Großstadt. Sie glauben, man könne ÖPNV auf dem Land so umsetzen, wie bei Ihnen in der Großstadt, nur halt ohne U-Bahn. Ich rate Ihnen, gehen Sie mal aufs Dorf, gehen Sie in die Reben, im Rheingau und gehen Sie in den Taunus. Wenn Sie wirklich etwas für die Landbevölkerung tun wollen, dann setzen Sie sich dafür ein, dass die Grunderwerbs und die sogenannten Energiesteuer gesenkt werden. Machen Sie den ländlichen Raum für Unternehmen attraktiver, damit neue attraktive Arbeitsplätze entstehen. Denn das ist, was das Leben auf dem Land tatsächlich attraktiver machen würde. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Hinz. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin schon etwas verblüfft, muss ich sagen, über die Reden der Opposition zu diesem Aktionsplan und zu dem Thema, wie der ländliche Raum in Hessen gestaltet ist und wie die Bürgerinnen und Bürger dort leben. Die einen sind sehr unterkomplex und sehen am liebsten nur ein Tier im ländlichen Raum, und die anderen machen das Leben im ländlichen Raum in Hessen so schlecht, dass ich mich frage, ob sie eigentlich eine Realitätsverzerrung haben. Die Menschen, die in Hessen im ländlichen Raum leben, finden ihn in der Regel sehr attraktiv, weil er sehr vielseitig ist. Ich persönlich bin nicht nur in Hessen im ländlichen Raum groß geworden, sondern ich lebe auch dort immer noch. Deswegen weiß ich sehr gut, wovon ich spreche. und deswegen weiß ich auch genau, warum dieser Aktionsplan so aussieht, wie er aussieht, meine Damen und Herren. Und wir haben ja diesen Aktionsplan nicht am grünen Tisch geschrieben, sondern wir waren seit zwei Jahren unterwegs in ländlichen Räumen, haben mit Vereinen, mit Verbänden gesprochen, mit Kommunalus. Wir haben Sie eingeladen ins Ministerium, und wir haben mit Ihnen die Themen diskutiert, bevor wir dann interministeriell aus allen Ressorts die Themen gebündelt haben, die wichtig sind, als Rahmenbedingungen für ein noch besseres Leben im ländlichen Raum. Darum geht es, Ihnen es noch besser zu machen, noch bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, damit junge Leute, wenn sie zur Ausbildung weggegangen sind, gerne wiederkommen, damit junge Familien gerne im ländlichen Raum bleiben und damit alte Menschen dort auch einen guten Lebensabend verbringen können. An all dies müssen wir denken, und so ist der Aktionsplan aufgebaut, meine Damen und Herren. Beifall CDU, BÜNDNIS 90, die Pandemie hat ja auch die Wertschätzung noch gestärkt für den ländlichen Raum. Viele Leute haben mir gesagt, beim Spazierengehen, gut, dass wir hier wohnen und nicht in der Stadt. Hier können wir Abstand wahren, hier können wir rausgehen, hier können wir die Kinder spielen lassen, am Waldrand auf der Wiese. Viele haben festgestellt, dass mobiles Arbeiten funktioniert und dass sie keine Wege zurücklegen müssen in die nächste Stadt zu ihrem Arbeitgeber. Auch das wird ein Umdenken bringen in die Zukunft hinein, wie wir künftig leben und arbeiten. Etliche Unternehmen werden sich auch überlegen, ob sie nicht Arbeitsplätze zurückverlagern in den ländlichen Raum. Deswegen werden der Sozialminister und der Wirtschaftsminister und ich gemeinsam eine Konferenz dazu veranstalten, unter welchen guten Arbeitsbedingungen mobiles Arbeiten im ländlichen Raum besser möglich ist. Auch das ist ein Thema, dessen wir uns annehmen. Das ist ein modernes Thema. Wir wollen einen modernen ländlichen Raum und kein Bullerbü, um hier einmal mit diesem Vorurteil aufzuräumen. Wir wollen lebendige Ortskerne mit modernen Wohnungen zusammenbringen, damit junge Leute auch gern in Ortskernen wohnen. Uns nützen keine Donutorte, wo innen der Kern ausgehöhlt ist, weil Häuser leer stehen, sich keiner mehr kümmert und drumherum Neubausiedlungen sind, wo aber Leute nur abends sind oder am Wochenende und nur dann dort Leben herrscht. Deswegen werden wir das zusammenbringen. Dafür braucht es eine Verbindung von bisherigen Programmen wie der Dorferneuerung mit höheren Förderquoten seit dem letzten Jahr, mit Sonderprogrammen für die Gastronomie mit Neueinrichtungen von Dorfläden, auch digitalen Dorfläden. Auch das geht inzwischen. Auch dies ist eine Möglichkeit. Geförderte Kleinstunternehmen schaffen neue Arbeitsplätze. Mit neu aufgelegten Stadtentwicklungsprogrammen unterstützen wir nicht nur lebendige Ortszentren, sondern auch weitere soziale Treffpunkte und Chancen für kulturelle Angebote. Das bringen wir zusammen im ländlichen Raum. Ich sage Ihnen, wir sind angewiesen auf private Initiativen, auf Eigeninitiative. Deswegen wird das auch gefördert. Sie können dann mit unseren Angeboten Ihre Ideen umsetzen und das gesellschaftliche, soziale und kulturelle Leben bereichern. Wanderkinos. Ich weiß gar nicht, warum Sie das so schlecht machen. Haben Sie was gegen Unternehmer, die Kinos haben und dann noch ein Wanderkino im Sommer machen? Das wird ausgedehnt über den ganzen Sommer. Das sind kulturelle Veranstaltungen, Open Air im ländlichen Raum. Das ist eine tolle Sache, weil auch das Arbeitsplätze bringt, Wertschöpfung im ländlichen Raum. Ich weiß gar nicht, irgendwie hat die SPD in dieser Richtung jedenfalls den Kompass verloren. Meine Damen und Herren, zur Grundversorgung gehören nicht nur Einkaufsmöglichkeiten und Kitas und Sportstätten, sondern natürlich auch der Zugang zu medizinischer Versorgung, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Deswegen ist ein Baustein unseres Aktionsplans, den Nachwuchsmangel bei Ärztinnen und Ärzten zu beheben, durch die Einführung einer Landarztquote. Die Koalition hat das jetzt gerade vorgestellt. Nächstes Jahr wird es eingeführt. Wir werden die Hebammenausbildung verbessern, neu aufstellen, in Kooperation mit den hessischen Hochschulen und den Krankenhäusern, damit wir auch hier den Nachwuchsmangel beheben. Auch das ist ein wichtiges Signal an den ländlichen Raum. Begonnen wurde bereits mit der Unterstützung von medizinischen Gesundheitszentren, wie z.B. in Breitscheid, bei mir im Lahn-Dill-Kreis. Das Sozialministerium unterstützt die Einrichtungen der hausärztlichen Praxis, mein Ministerium über Liedermittel, Einrichtungen zur Tagespflege und ein Optikgeschäft mit insgesamt 160.000 €. Dort gibt es jetzt auch eine Praxis für Physiotherapie, eine Apotheke sowie Pflege- und Sozialeinrichtungen unter einem Dach. Das ist medizinische Grundversorgung im ländlichen Raum. Dahin wollen wir kommen, und zwar auf breiter Ebene. Meine Damen und Herren, Gründungsinitiativen, Handwerksbetriebe, mittelständische Unternehmen im ländlichen Raum sind auf gut ausgebildete Leute angewiesen und natürlich, wie jede Selbstständige, auf funktionierende Internetverbindungen. Deshalb wird die Landesregierung dafür sorgen, dass wir schnellstmöglich eine gigabitfähige Infrastruktur erreichen. Allein dieses Jahr sind dafür 110 Millionen € vorgesehen. Kleinstunternehmen werden durch DigiGuides unterstützt, außerbetriebliche Ausbildungsstätten gefördert, und durch das Programm ProDual sorgen wir für weitere duale Studienplätze. Auch das ist gut für junge Leute im ländlichen Raum, die nach dem Abitur dann nicht alle weg müssen. Wir haben Unternehmen und Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Die wollen wir nicht nur erhalten, sondern wir möchten gern, dass es mehr werden. Aber dann müssen wir auch Angebote haben, wie sie junge Leute gut ausbilden können und sie an sich binden können. Und diese dualen Studiengänge sind ein wirkliches Plus für den ländlichen Raum. Meine Damen und Herren, beim Thema Mobilität geht es natürlich auch um Straßen. Klar, deswegen stellen wir Sanierung vor Neubau. Es muss ein funktionierendes Straßensystem erhalten bleiben. Aber es gibt junge Leute, die besitzen noch kein Auto. Es gibt ältere Menschen, die können kein Auto mehr fahren. Es gibt Eltern, die haben keinen Bock mehr, jeden zweiten Tag Elterntaxi zu spielen. Es gibt Menschen, die wollen kein Zweit- und Drittauto in der Familie. Und auch hier wollen wir ein Angebot machen. Mit dem Stundentakt haben wir begonnen, wir brauchen sichere Rad- und Fußwege, die für alle nutzbar sind. Und wir brauchen auch in der Mobilität ein digitales Angebot. On-demand-Systeme, wo wir zusammenbringen, die Möglichkeit, ein Carsharing-Auto zu nutzen, einen Bürgerbus, einen öffentlichen Nahverkehrsbus, ein Taxi, eine Mitfahrgelegenheit. Frau Ministerin, die Fraktionsredezeit ist mittlerweile abgelaufen. Danke schön. Wir brauchen Umsteigemöglichkeiten an Verkehrsknotenpunkten, und zwar nahtlos vom E-Bike in den Bus auf die Mitfahrgelegenheit zum Sport fahren zu können, zum Beispiel, weil die Sportstellen sind auch nicht in jedem kleinsten Ort. Das wird auch künftig nicht so sein. Deswegen brauchen wir solche Möglichkeiten. Die ländlichen Regionen in Hessen sind sehr unterschiedlich, haben wunderbare Naturräume. Unsere Kulturlandschaft wird von der Landwirtschaft natürlich auch mitgepflegt. Sie lebt davon, und deswegen sind wir Ökomodellland Hessen geworden. Wir wollen die Existenz für nachhaltige Landwirtschaft in Hessen sichern. Wir wollen regionale Versorgung und stärken auch Molkereien und Schlachtereien. Wenn Sie das noch nicht festgestellt haben, Herr John, sorry, die Obländer-Bauern-Molkerei liegt so was von auf dem Land, Herr Witzenhausen, die Schlachterei Rot, liegt so was von auf dem Land. Ich dachte eigentlich, dass Sie sich in Nordhessen auskennen und mitkriegen, was da los ist. Aber ich habe mich anscheinend getäuscht. Meine Damen und Herren, die Stärkung unserer ländlichen Regionen ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Vor Ort wissen die Bürgerinnen und Bürger am besten auch, was sie brauchen, wo es hingehen soll. Deswegen binden wir Sie ein, nicht nur bei der Erstellung, sondern auch bei der Weiterentwicklung unseres Aktionsplans. Wir hatten die ersten digitalen Regionalveranstaltungen. Über 300 waren dabei. IHK, Unternehmen, Kommunen, Verbände, Vereine, Bürgerinnen und Bürger haben sich selbst angemeldet. Sie finden den Aktionsplan gut und wollen mitarbeiten für ein starkes Land und gutes Leben in Hessen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Hinz. – Wir sind am Ende der Aussprache des Tagesordnungspunktes 59 und überweisen ihn zur weiteren Beratung in den ULA.